So Leute, grüßt euch zum neuen Video. Einen schönen Sonntag wünsche ich allen. Wie immer, ich kann es nicht empfehlen zu zocken. Unten in der Beschreibung der Link, wo man sich sperren lassen kann. Es ist das Beste, was man machen kann, weil dann denkt man automatisch weniger dran. Wenn du das Gefühl hast, dass es aus dem Ruder läuft, weil die meisten haben es wirklich nicht im Griff und man muss es sich halt auch erstmal eingestehen, dann mach das. Wenn du es auch schon mal dran gedacht hast, kann ich dich nur ermutigen. Mach das, du wirst es nicht bereuen. Also viel Spaß mit dem Video und denkt dran, so lange ihr spielt, umso größer werden eure Verluste, umso mehr werdet ihr verspielen. Es ist einfach so, leider. Oder auch gut so. Ciao. Und da ist aber ein Zeltanfellbuch. Oh, nein, ich fahre noch. Oh, nein, ich fahre noch. So, jetzt haben wir jedes Mal eins reingehauen, immer die letzte, hatte ich doch gestern schon So, dann kam natürlich nichts mehr noch, ja genau, jetzt kommen wir in der Mitte, leider nicht, leider zu schön im Wald zu sein Oh, naja, wenigstens, bleibt mal im Spiel Das wärs, und noch eins, oder nicht, nein, komm mal, das ist sowieso mehr, ich habe noch ein paar Runden, 9,50 Mal schauen wir mal, ob der mal Goldschwert auf Sätze benutzt, äh, nee, aber die wird nicht Oh, ja, voll Gold Mal schauen Okay, jetzt haben wir Noch 3 Und kein 1 mehr Tja Na ja, schade Da ist das mal mit Verlängerung, nein Mal schauen, ob er auf Gold kommt Was hängt ja nie Oh, ja Oh, noch mit Verlängerung Und? Nein Oh, das ist nicht 10 Spiele Ja, mal gucken Oh, ja Na ja Oh, 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 ja 6 4 5 5 5 Das ist richtig nichts, ein heftiges Kürtel. Ich bin Schatten. Sechs an. Hier schieben. Jetzt habe ich mal was raus. Mal schauen was der macht, das hat er gut gegeben, den haben wir gerade noch verlängert und dann auch bald wie kann er Oh oh oh, krass Oh nein, oh, geil Na ja, egal, die Kurske, nehmen wir alles mit Oh, schön Na, kein weiteres leider Oh doch So kurz draußen machen, buchen So, weiter gehts Oh, 200 Rachtel, cool Oh, schade Eins hier hinten noch Oh, gut, wenigstens die Burken kann er Zähne oder sonst was Immer noch 14 Spiele, krass Oh, jetzt kommt viel Leerlauf wahrscheinlich Nein, das geht auch nicht Nein, das geht auch nicht Nein, das geht auch nicht Nochmal nochmal Und noch fun Ach, da war schon eine war, mit dem Geld. Schon gut. Es ist sehr selten, dass man sowas noch kriegt. Ich glaube das selten nicht. Oh, noch mal zu hinten. Ah, schade. Zu viel Wünschen. Ein Längerraum vielleicht? Obwohl wieder etwas läuft. Nein, ist nichts. Oh, mein Schatz. Oh, da war noch eins. Ein bisschen Andrehungen noch. Oh. Da war wieder eins. Kann man echt nichts sagen. Aus, 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 aus. Oh. 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 Oh.